Ich werde nie wieder mein Schwert für einen anderen Mann ziehen oder mich vom Traum eines anderen Mannes verführen lassen. Von nun an schlage ich meine eigenen Schlachten. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Maxe, du weißt von wem das Zitat ist? Ich habe es ja rausgesucht, ja. Aber mich würde interessieren, ob unser Gast das auch weiß. Genau. Wir begrüßen Daniel Eichinger, den Manga-Zeichner. Servus. Ja, hallo, ihr lieben Leute. Nee, ich habe absolut keine Ahnung, von wem das ist. Da könnt ihr mich gerne aufklären, ja. Willst du sagen, Martin? Weil wenn du weißt, von wem es ist, dann sagst du, ja klar, natürlich. Wenn man deinen Stil kennt, sollte man meinen, dass du es weißt, von wem es ist? Ich könnte tippen, ich könnte raten, aber ich weiß es nicht. Also eventuell, also mir gefällt halt alle Geschichten von H.P. Lovecraft ziemlich gut. Eventuell könnte das von dem sein. Aber es klingt relativ episch. Es könnte jetzt auch irgendein Dichter sein oder halt irgendein bekannter, älterer Schriftsteller. Ich weiß es leider nicht. Na, dann befreien wir dich. Es ist Gatz aus Berserk. Ah, ja. Das passt auf jeden Fall, ja, wie die Faust aufs Auge. Aber ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, ja. Aber es spricht ja auch für den Autor oder für den Mangaka und für die Figur, wenn du sagst, ja, das könnte schon Lovecraft oder irgendein älterer Philosoph oder irgendwas sein, das spricht für die Figur und den Mangaka. Ja, es fällt auf jeden Fall so in dieselbe Sparte alles, auf jeden Fall, ja. In die Klassikersparte. Genau. Wollen wir gleich rein starten, Martin? Ich hätte schon gesagt, jetzt wo das Eis gebrochen ist, können wir direkt über die Kunst sprechen. Daniel, wo sind deine Anfänge? Wie hast du mit dem Zeichnen begonnen? Wie hast du es für dich entdeckt? Also bei mir hat das relativ normal, wie bei jedem, glaube ich, angefangen. Als Kleiner zeichnet man halt so in der Schule zum ersten Mal. Bei mir war es halt auch, die Eltern haben auch immer ein bisschen gezeichnet. Meine Mama eher so malerisch, künstlerisch ein bisschen. Und mein Papa war eher der technische Zeichner. Also von dem habe ich die technischen, handwerklichen Sachen vielleicht ein bisschen mitbekommen. Und als Kind guckt man sich das so ein bisschen ab. Und natürlich will man auch irgendwie danach eifern. Und in der Schule so mit zwölf irgendwie hat sich so ein bisschen bei mir die Eigenmotivation entwickelt. Ja, irgendwie, ich habe schon richtig Bock. Ich will auch da mehr draus machen. Oder ich hatte einfach mehr Lust, wie alle anderen in meiner Klasse irgendwie zu zeichnen. Und das hat sich so ein bisschen halt verstärkt, wie ich halt dann auch auf RTL 2, Dragon Ball und so geguckt habe. Weil danach wollte ich halt dann unbedingt selbst irgendwie Charaktere entwerfen und irgendwie auch in dieses Universum dazu, ja so Pen & Paper artig so mit rein mir das vorstellen. Und so hat es halt dann angefangen, da ich so durch diese, ja, Dragon Ball sehr stilisierten Körper und so dann auch langsam Anatomie und so gelernt habe. Und ja, eher indirekt. Also mir hat es halt immer Spaß gemacht und ich wollte halt auch immer so das weiterzeichnen, was mir halt richtig Laune macht und halt einfach hobbymäßig nebenbei immer gezeichnet. Und dann haben mich auch die realistischen Sachen interessiert, also dann eher Porträts und sowas und Körperzeichnen sowieso generell. Und halt auch immer so diese ganzen technischen Sachen, Autos und, ja, Waffen, Panzer, also alles, was mich zu der Zeit halt interessiert hat. Und danach ging es auch auf die Kunsthochschule. Da war ich dann sechs Jahre lang, aber da hat man dann mehr so die Basics gelernt, also verschiedene Materialien ausprobieren. Und auch andere Sachen, wie zum Beispiel Schweißen, Nähen und Textildruck und solche Sachen. Und ich glaube, das hat trotzdem auch alles Einfluss gehabt auf die Art, halt, wie ich zeichne. Also man lernt es in der Schule des Lebens irgendwie so und dann vermischt sich das alles und irgendwann kommt dann halt da so ein eigener Stil raus. Aber das ist relativ spät, ja, es dauert alles. Mir ist gerade tatsächlich ein Licht aufgegangen, als du gesagt hast, dein Vater ist technischer Zeichner. Und da dachte ich, ich gucke mir deine Werke an und denke mir, diese vielen kleinen filigranen Linien. Ich sehe das und kann das gar nicht richtig begreifen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das bedeutet, diese vielen kleinen Linien zu zeichnen. Und jetzt, als du gesagt hast, technischer Zeichner, dachte ich mir, ah ja, ja, technisches Zeichnen steckt da irgendwie drin. Jetzt, wo du es sagst, geht mir da ein Licht auf. Genau, und bei mir war halt auch irgendwie so das eigene Interesse auch immer an Technik da, also wie was mechanisch funktioniert. Deswegen bin ich dann halt auch nach der Kunsthochschule, wusste ich irgendwie schon, ja, mit Kunst kannst du nicht so viel Geld verdienen. Da machst du halt eine Lackiererlehre und Autos und sowas haben mich auch immer interessiert. Und da, ja, das war halt dann auch meine zweite Welt, wo ich da eintauchen konnte. Und ja, vielleicht, ich hatte es halt so im Kopf, vielleicht kann ich dann irgendwann mich da in Airbrush oder sowas ausleben. Und halt damit ein bisschen überleben, sagen wir so, mit dem, was man dafür kriegt. Bist du dann bei euch in der Werkstatt derjenige, der für die coolen Flammen und sowas zuständig ist? Genau, ja, das war auch großteils so, aber es wird halt immer weniger von den Leuten, die halt sowas wollen. Also ich habe nicht dann nur Flammen gemacht, sondern halt auch wirklich Bilder auf Autos. Und mein Auto hat halt immer so als Versuchskanitchen hergehalten. Und ja, momentan sieht es aus wie eine alte Propellermaschine, aber jetzt mache ich auch nichts mehr dran. Und das war so quasi mein letztes Meisterstück, bevor ich halt dann wirklich als Mangaka fast Vollzeit angefangen habe. Würdest du dann sagen, wenn man dein Auto sieht, dann weiß man sofort, dass es deins ist? Ja, auf jeden Fall. Also das gibt es wirklich einmal. Ich bin fast versucht, nach einem Bild zu fragen. Das wäre mir ganz interessant, wie das Auto aussieht. Du hast jetzt tatsächlich schon drei Fragen auf einmal von uns beantwortet aus dem Skript. Wo liegen denn die Zusammenhänge und die Unterschiede vom Fahrzeuglackieren zum Manga-Zeichnen? Eigentlich nur in dem, was man macht. Also in beide Sachen muss man sehr, sehr gut aufpassen und konzentriert arbeiten. Also Lackieren ist ungefähr so, kann man sagen, wie im Spital oder, also Spital gibt es noch österreichisch. Man muss dazu sagen, ich komme aus Österreich eigentlich, deswegen manche Wörter muss ich quasi auf Deutsch übersetzen. Also im Krankenhaus, wenn man im OP-Saal oder so operiert, da darf auch kein Staub sein. Und quasi so ist das in der Lackierkabine und es ist mega pingelig und es gibt sehr viele Fehlerquellen, die man halt beachten muss, dass alles gut geht und alles super Picobello am Ende aussieht. Und ja, beim Zeichnen auch so. Es ist halt beim traditionellen Zeichnen genauso, dass man halt auf jeden Strich so ein bisschen vorausdenken muss und aufpassen muss, weil weglöschen ist halt immer schwierig dann. Es geht schon, aber ja, ist halt schwierig. Und der größte Unterschied ist, dass man sich beim Lackieren irgendwie mehr dreckig macht, als man zeichnet, glaube ich. Das hat das Zeichnen durchaus einen Vorteil. Ja, körperlich anstrengend ist beides, kann man schon so sagen. Du bist dann halt so jemand, der keine Angst hat, sich dreckig zu machen. Nee, auf jeden Fall nicht. Immer rein da. Unter deinen Arbeiten findet man viele japanische Klassiker, wie zum Beispiel Alita oder das angesprochene Berserk, aber auch westliche Sachen wie Witcher oder League of Legends. Sind das so die Sachen, die dir auch privat einfach gut gefallen und dich inspirieren? Ja, auf jeden Fall. Also gerade so die erste Zeit, wo ich angefangen habe, das war eben auf der Kunsthochschulzeit. Die ganzen Mädels da, die waren ziemlich cool. Die haben mir da die Mangas ausgeliehen und da habe ich zum ersten Mal Mangas gelesen. Und da waren eben direkt halt so die heftigen Sachen dabei. Also da war Battle Angel Alita dabei, da war Blade of the Immortal dabei und Blame und sowas. Also lauter so krasse Sci-Fi-Sachen, düstere Dinge. Und die haben mich halt direkt fasziniert und wirklich bis heute geprägt. Also Battle Angel Alita, glaube ich, ist so das, was am meisten in meinem Herzen stecken geblieben ist. Und das finde ich bis heute mega gut. Also und diese ganzen Comics, man muss sagen, ich habe quasi mit Comics angefangen, zum Beispiel mit den Taschenbüchern oder früher diese Tomb Raider Hefte und sowas. Das habe ich mir alles geholt, aber dann irgendwie eine lange Pause gehabt, weil halt diese Mangas bei mir so präsent waren. Und jetzt bin ich halt drauf gekommen, es gibt so viele krasse, coole Comics und ja, da bin ich jetzt gerade irgendwie so das letzte halbe Jahr so richtig am Umgucken, was es alles gibt. Und ja, da drücke ich mich jetzt quasi ein bisschen aus, ja. Hast du einen Tipp? Einen Tipp wäre zum Beispiel Tokyo Ghost, was ich jetzt zuletzt gelesen habe, oder Sonnenstein auch. Also das eine ist ein Sci-Fi und das andere mehr so eine Romantik-Geschichte, aber beides, also das eine, die Sci-Fi-Geschichte ist halt optisch wirklich brillant gemacht und wirklich fantastisch zum Angucken. Und das andere ist super gut geschrieben, also keine plumpe Romanze, sondern halt wirklich was, das könnte halt also wirklich in echt so passieren. Und das finde ich immer so, ja, authentisch und super gut. Also normalerweise ist Slice of Life nicht so mein Ding, aber das Sonnenstein ist halt wirklich gut gemacht, ja. Ich gucke mir das an, kommt in die Shownotes, dann werde ich das mal auschecken. Das heißt, dein, also vom Stil her liegt dein Hauptaugenmerk auf diesem, auf diesem dreckigen Sci-Fi der späten 80er, frühen 90er. Da waren ja auch viele OVAs, die dann so immer, weiß ich nicht, so unter der Hand gedealt wurden, die dann so diese brutalen Animes, die dann, ich weiß nicht, ob die bei uns lachen nachts auf MTV liefen? Fragezeichen, weiß ich gar nicht, aber ich denke bei diesem dreckigen Sci-Fi immer an MTV, das ist schon deiner Haupt, also wie soll ich sagen, man merkt, dass das sich am meisten inspiriert hat, zumindest vom Stil her. Ja, klar, auf jeden Fall. Also irgendwie so Cowboy Bebop und auch Golden Boy und sowas, alles sowas, was halt, wie du schon sagst, früher auf MTV gelaufen ist, das war schon mega cool. Und das hat irgendwie so einen eigenen Charme, das kann man gar nicht bis heute irgendwie so nachahmen. Ich weiß nicht, warum, aber das ist richtig bei mir hängen geblieben und ich bin halt, glaube ich, so auch so ein bisschen retro drauf. Und das andere ist, glaube ich, dass mir halt düstere Sachen oder ja so schräge und Monstersachen ganz gut liegen, also so vom Zeichnerischen. Meine Mama hat mal zu mir gesagt, ja, also die hat das zu mir gesagt, ja, eigentlich so die gruseligen Sachen, die gefallen mir besser. Und wenn das halt die Mama sagt, dann heißt das was. Ich denke mir nur gerade, mache ich mir den Spaß, aber ich glaube, ich mache ihn mir. Golden Boy, ist das auch Sci-Fi? Nee, das ist... Nee, ich mache nur Spaß, ich weiß, was Golden Boy ist. Ja, ja, aber es ist wirklich eine coole Geschichte. Das ist sowohl der Anime ziemlich nice als auch der Manga. Und der Manga, der ist noch viel tiefgründiger. Und ja, ihr schmunzelt wahrscheinlich jetzt, wenn ihr schon genau wisst, worin es da geht, aber es ist echt lustig. Comedy ist auch, ja, sehr nice da drin. Das ist auf jeden Fall, aber ich glaube, bei uns eben auf MTV, da gab es, Maxi, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, da gab es nur so die sechs Folgen und dann war Schluss. Es gibt auch vom Anime nur sechs Folgen und ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich, wenn der Manga ein bisschen so auf Comedy ausgelegt ist, dass sie für den, habe ich gerade gesagt, der Manga ist auf Comedy ausgelegt, und dass sie für den Anime so ein bisschen, wie soll ich sagen, an der Bubschraube gedreht haben. Selbe wie bei Interspecies Reviewers, wo der Manga auch mehr auf Comedy ausgelegt ist und der Anime ist schon hart am Hentai dran. Kann ich mir schon vorstellen. Und was du eben gesagt hast, Daniel, mit dem, es fühlt sich irgendwie anders an. Ich glaube auch, dass die, dass die Dinger oder dass die Sachen damals anders produziert wurden, dadurch, dass es wahrscheinlich mehr oder fast ausschließlich von Hand gezeichnet wurde. Das hat einfach ein anderes Feeling für sich. Das ist wie, wenn man einen Monsterfilm aus den 80ern oder 70ern anguckt, wo halt noch Gummimasken zum Einsatz kamen oder Animatronics. Und heute kommt es halt aus dem Computer. Das hat eine ganz andere Körperlichkeit. Genau, ja. Ist halt so eine Geschmackssache, also was einen da dann wirklich am liebsten anspricht. Irgendwie, mir kommt es vor als Künstler irgendwie, wie wenn man bei den alten Sachen noch so ein bisschen mehr, also weiß ich nicht, spürt, dass da mehr Herzblut drin ist. Aber ja, das ist halt einfach der Zeit geschuldet. Heute muss irgendwie alles schneller gehen und jeder will alles direkt und schnell lesen. Und dann brauchst du halt andere Mittel. Also das ist ganz klar. Da kann man das nicht mehr so altmodisch machen. Ja, gebe ich dir recht. Apropos Schnelligkeit, was würdest du sagen, wie lange brauchst du für eine Seite so im Schnitt, bis du die so gezeichnet hast, dass du sagst, okay, das passt jetzt? Das hängt ganz von dem ab, was da drauf ist. Also es gibt Seiten, wo halt wirklich ein Panel die ganze Seite füllt und das ist wirklich nur ein einziges Panel und das sind halt quasi so die Money Shots. Und die, an denen sitzt man dann, kann schon sein, dass man da einfach zwei bis drei Tage dran sitzt, aber das ist halt dann auch wert. Also bei der Seite ist meistens dann halt auch so, oder stell mir ich vor, dass man da hängen bleibt bei der Seite, wenn man durchblättert und dann bleibt man da auch mal so ein, zwei Minuten und guckt sich alles an, weil da gibt es halt dann auch viel zu entdecken und so. Und ich habe halt früher auch die Wimmelbilder und sowas geliebt und ja, das ist da alles quasi mit einverwoben und da lebe ich mich jetzt aus und das dauert einfach ein bisschen. Und so die schnellste Seite, die ich gezeichnet habe, die waren sieben Stunden ungefähr, dann hatte ich die fertig getuscht, also jetzt ohne Skizze, aber tusch. Und das ist so das Maximum, was ich jetzt irgendwie an Seite, also ja, und eine, weiß ich nicht, eine Seite habe ich auch mal geschafft in einer halben Stunde, aber die ist halt komplett schwarz. Einfach fertig schwarz machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du wirklich, wie du sagst, die Money Shots hast und kannst da auf einem, vielleicht auch auf einer Doppelseite Details unterbringen und kannst da wirklich dich so rein, als Zeichner rein vertiefen, das macht bestimmt richtig Bock. Genau, also gerade die Hintergründe, die sind mir mega wichtig, weil durch die Hintergründe erfährst du halt oder wirst du so richtig in die Welt hineingesaugt und das war immer so meine Hauptmotivation, irgendwie Mangas zu machen. Ich will irgendwie die Leserinnen und Leser in eine andere Welt entführen und das klappt, glaube ich, mit Hintergrundbildern und mit der Welt und mit dem Worldbuilding am besten. Und das hat mir auch bei allem, was ich halt quasi so konsumiere, irgendwie am meisten immer gefallen, wenn ich mich da so richtig drin verlieren kann. Ja, kann ich nachvollziehen. Hast du beim Zeichnen dann auch eine Achillesferse, wo du sagst, oh nee, das liegt mir jetzt gar nicht oder da habe ich gar keine Lust drauf? Ja, auf jeden Fall, aber die lässt man dann so gekonnt direkt so ein bisschen weg. Also zum Beispiel ist bei mir jetzt einfach Tiere zeichnen und ich kann schon Tiere zeichnen, das kommt auch irgendwie gut hin, aber es ist jetzt nicht, dass das dann irgendwie ein Pferd oder eine Katze oder ein Hund oder so, dass das dann süß aussieht oder so, wie das halt ja. Also es wird meistens irgendwie merkwürdig und jetzt im Falle von Jovan Tore ist es halt perfekt. Also wenn ich einen Rabe zeichne, ich kann mir irgendwie im Kopf zusammenreimen, weil ich ja schon öfter einen Raben gesehen habe, wie der ungefähr aussieht, dann zeichne ich den und der hat trotzdem so eine leicht gruselig abgewandelte Silhouette und das passt halt trotzdem perfekt zu dem, zu der Geschichte, zu der Welt und zu dem Werk und ja, dann ist trotzdem auf jeden Fall wieder was Neues entstanden, was irgendwie ja ganz eigen ist und trotzdem passt. Auf Jovan Tore kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Wir haben noch ein, zwei, drei Fragen zu deinem Stil. Und zwar habe ich hier stehen, du zeichnest gerne auch explizite Nacktheit und was ich finde, ich habe Owen Treuer gelesen, du machst das ohne Fanservice zu generieren, ohne dieses Voyeuristische. Das passt einfach zu diesem gritty Stil, den du hast. Gehören Nacktheit und Gewalt für dich aufs selbe Spektrum? Auf jeden Fall, wenn es zu der Geschichte passt. Also das muss immer harmonisch sein. Also je nachdem, worauf man halt abzielt. Im Falle von Owen Treuer Love Story, wo halt ja auch viel rumgemacht wird quasi, da hatte ich irgendwie jetzt nicht so große Pläne oder so. Die ganze Geschichte war irgendwie nicht so durchgeplant. Da ging es mehr darum, einfach meinen Zeichenstil zu testen. Und ich habe damals noch mit Kugelschreiber gezeichnet und ich wollte wissen, kann ich damit Körper irgendwie gut darstellen und kann ich damit schattieren? Und auch halt diese dunklen, düsteren Sachen, ob das damit hinhaut. Da ging es jetzt nicht so krass darum, irgendwie eine Welt aufzubauen oder irgendwie eine durchdachte Geschichte oder so erzählen. Aber ja, das war so mehr der Vordergrund. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt in Jovan Tore dann eine dreckigere Welt also so erschaffen will, wo halt die halt zufällig irgendwie dann eine Stelle hat, wo die irgendwo entblößt ist, dann ist das halt so. Aber es soll nicht jetzt irgendwie extra drauf abzielen. Aber natürlich, wenn die da irgendwie, ja, keine Ahnung, in Flammen gerät oder sowas und dann brennt der Ärmel ab und dann sieht man halt ein bisschen was, dann ist das halt dem geschuldet, was halt gerade passiert ist. Also da kann keiner quasi was dafür. Und das sind genauso Männer als auch Frauen werden da genauso mit reingezogen. Also da wird keiner verschont. Ja, ich finde das gut, weil das halt so einen gewissen Realismus hat. Man muss, der Zeichner oder du als Zeichner musst dich nicht künstlich zurückhalten. Du stellst aber auch nicht den Voyeurismus vorhin an, wie das ganz gerne mal in Mangas und in Comics auch gemacht wird. Deswegen finde ich das gut, wenn das genau in diesem Rahmen passiert und dazu passt, dann gibt es dem auch eine gewisse Gravitas und ein, wie soll ich sagen, es fühlt sich erwachsen an. Zu dem Zeitpunkt zum Beispiel, wo ich Owen Troyer Love Story gezeichnet habe, da war ich selber noch nicht so erwachsen. Also da muss man das auch wieder aus einem anderen Kontext ziehen. Das ist jetzt mittlerweile schon elf Jahre alt und da war ich halt auch so in der Zeit, wo mich das halt selbst auch alles beschäftigt hat. Und ist ja klar, dass auch sowas rauskommt. Ich habe damals halt meine Frau gefragt, ey, ich habe vor, irgendwie eine kleine Geschichte zu machen, um meinen Zeichenstil zu testen. Und hast du irgendeine Idee und die sagt halt zu mir, ja, mach doch mal eine kleine Liebesgeschichte. Aber die hat sich bestimmt was anderes darunter vorgestellt. Also es ist dann, ja, gerade so irgendwie ausgeartet zu dem, was mir zu der Zeit halt Spaß gemacht hat. Und das ist halt, das rate ich auch allen, die selbst zeichnen oder zeichnen wollen, bitte, bitte zeichnet immer das, was euch gerade Spaß macht. Das ist ganz wichtig. Also das, was euch motiviert, das macht ja. Also nicht, was andere sagen. Ja, am besten wäre, du zeichnest jetzt am besten, keine Ahnung, sagen wir, eine Romanze oder ein Seife, was halt gerade gut geht. Aber wenn das nicht das ist, was du willst, dann wirst du ziemlich schnell aufhören damit. Also am besten, so wie in der Schule halt auch, am besten lernt man bei den Sachen, die einen selbst interessieren. Deswegen kann ich auch nicht so gut Englisch oder Deutsch oder sonst was. Bei mir ist halt dann mehr dieses Zeichnerische und das Geschickliche hängen geblieben. Das war auf jeden Fall der erste Schnipsel für Social Media. Darf ich kurz zwischendrin fragen, welcher Jahrgang du bist? Ich bin jetzt 35, glaube ich. Also die Zeit vergeht irgendwie gerade komisch. Ja. Ja, sind wir aber alle grob im selben Spektrum. Ja, genau. Na, weil eben, du hast vorhin das mit Dragon Ball gemeint auf RTL 2 und dann dachte ich mir, ja, okay, so wie ich und der Maxe, Anfang 30. Und dann hast du aber gesagt Tomb Raider-Hefte. Es ist schön, dass du mich Anfang 30 schätzt, weil ich bin auch 34. Echt? Seit wann bist du 34? Seit ich Geburtstag hatte dieses Jahr. Ich dachte, du bist 32. Ja, egal. Ich bin näher am Daniel als an dir. Wir sind alle in dieser komischen Zeitspanne. Ja, glaube ich auch. Also wir haben eruiert. Dein Stil ist dreckig und düster und liegt irgendwo zwischen Alita und Doro-He-Doro. Und zu Alita möchte ich noch sagen, das haben wir mal rezensiert und das hat der Maxi mir eigentlich ganz gut verkauft. Und dann habe ich mir den ersten Band gekauft. Und der liegt jetzt ein Jahr lang ungefähr ungelesen im Regal. Was macht das mit dir? Ja, also ich glaube, es muss dich zur richtigen Zeit erwischen. Das ist egal, bei welchem Werk. Das ist halt so. Kann sein, dass du es, wenn du es jetzt zum richtigen Zeitpunkt, wenn du halt in Stimmung bist und auch irgendwie dich auf die Zeichnungen und alles einlässt. Es ist natürlich auch alles ein bisschen altbacken. Aber dass es dich dann catcht und dann kannst du nicht mehr aufhören. Also mich hat halt vor allem dieser düstere und lebendige Zeichenstil gefesselt. Also nirgendwo habe ich so eine krasse Schrottstadtwelt gesehen wie in Alita, wo halt wirklich wenig Rasterfolie und sowas verwendet wird und sondern mehr alles so von Hand schattiert ist. Und sobald du was von Hand irgendwie schraffierst und schattierst, dann wird das so lebendig. Also du kannst das richtig fühlen, dass überall so eine lebendige Struktur drüber ist. Und das ist halt so die Magie davon. Und manche schreckt halt dann irgendwie ab, dass Alita irgendwie so einen Schnuller Mund hat und große Augen. Aber die Story dahinter, also wirklich die ersten, ich glaube die Originalen sind ja die kleinen neun Bände, sind nur neun Bände. Und da gab es jetzt eine neue Auflage. Ich glaube, das sind dann drei oder vier so Sammelbände. Ja, die großen, ja. Genau, dann ist quasi so der erste Abschnitt abgeschlossen und das ist quasi so mein Lieblingspart, weil sobald es irgendwie dann nach Salem hochgeht, also das ist dann so eine Himmelsstadt, da wird alles ein bisschen steriler und cleaner und auch der Zeichenstil. Man merkt, der will vorankommen, der Mangaka und ja, das war dann alles nicht mehr so meine Welt. Aber das davor, das hat mich wirklich abgeholt. Ich finde deine, ich nenne es mal Liebe zu Alita, die kommt super rüber. Also das ist echt ansteckend, wie ruhig du und so ernst über Mangas sprechen kannst, obwohl ich immer denke, ja, so Mangas in Deutschland wird immer noch ein bisschen belächelt. Aber wenn man mit dir drüber spricht, dann klingt es so, als wäre es seit hunderten von Jahren etabliert und das Normalste auf der Welt. Ja, ich finde das gerade richtig schön. Für mich war das auch immer so und ich muss auch sagen, mir wurden da auch nie irgendwie Steine in den Weg gelegt. Also man hört ja manchmal von anderen, dass das irgendwie auf der Hochschule oder so nicht gut angenommen wird oder dass halt, ja, das Umfeld sagt, was bist denn du für einer, du lest da so ein Kram. Und bei mir war das nie der Fall oder mir ist es einfach nicht aufgefallen, keine Ahnung. Aber ich habe halt das immer gelesen, was mir gefallen hat und ja, das hat gut funktioniert. Und ich habe es ja auch gezeichnet und vielleicht haben meine Zeichnungen von dem abgelenkt, was ich halt sonst so gemacht habe. Du warst einfach zu gut. Aber man muss auch sagen, ich habe auch klein angefangen. Also meine ersten Zeichnungen sehen aus wie die von jedem und jeder anderen. Also ja. Hast du die noch? Ja, also ich schmeiße keine Zeichnungen weg, weil das ist auch ganz wichtig. Man muss auch immer wieder ein bisschen zurückgucken. Wo kommt man her? Und dann macht man das manchmal wieder froh, wenn es einem nicht so gut ist. Also wenn man mal so ein Kreativ-Tief hat, dann guckt man sich alte Zeichnungen an und dann denkt man sich, oh ja, da ging trotzdem was voran in den letzten Jahren. Also einfach weitermachen. Das hast du schön gesagt. Welche Serie, welchen Film, Manga, Comic, Franchise etc. magst du, obwohl es was ganz anderes ist, als du eigentlich zeichnest? Boah, das ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich eine schwierige. Ich gucke gerade so jetzt in mein Manga-Regal, was da so steht, was ich nie zeichnen würde, aber nur gucken würde. Ich habe vor kurzem jetzt mal Morde in the Doll gelesen, von Egmont rausgekommen. Und das tat auch schon richtig gut. Also das ist halt so eine wholesome, romantische Teenager-Geschichte irgendwie, aber die auch, wie ihr schon vorhin gesagt habt, auch irgendwie wirklich so passieren könnte. Zwar ist alles natürlich alles so ein bisschen überzogen, aber trotzdem, also ich fand die richtig gut. Also die tat auch richtig gut und das war mal so ein kurzer Urlaub zwischen dem ganzen düsteren Kram. Wir hatten tatsächlich... Ja, und ich prophezeie jetzt mal so, also nach dem Werk, woran ich halt jetzt zeichne, und das dauert schon noch ein paar Jahre, aber ich glaube, danach wird auch mal so ein Richtungswechsel kommen. Also dann werde ich mich wahrscheinlich in was anderes reinstürzen und vielleicht ist es dann halt, keine Ahnung, ein Girls' Love oder was auch immer. Aber es wird halt immer speziell bleiben. Also es wird jetzt nicht so typisch, ja, sagen wir jetzt mal Girls' Love sein, sondern halt dann immer so einen eigenen Touch haben. Das wird auf jeden Fall immer bleiben, ja. Ich würde es von dir lesen. Also ich habe Morde in the Doll tatsächlich auch schon als Rezension gehabt und ich bin da auch großer Fan von. Der lief, der Manga lief, ich muss lügen, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres und dann wurde der Anime, der Anime lief, nicht der Manga, der Anime lief. Und da wurde so ein bisschen durch die, wie soll ich sagen, durch die Bubble getrieben, durch diese Anime-Bubble, von wegen, weil die Hauptfigur so toll ist. Und ich und meine Frau haben damals gesagt, ja, ja, das sind irgendwie die 13-Jährigen, die halt diese junge Frau besabbern, in Anführungszeichen. Bis wir uns einen Rücken gegeben haben und haben halt doch mal eine Folge anguckt und haben festgestellt, das ist ja richtig, richtig gut. Das ist auch so ein Ding, du guckst auf das Cover oder du siehst was daraus und denkst, du weißt, was es ist und wirst dann positiv überrascht. Genau, ja, also es ist echt so. Daniel, was findest du, ist bei einem Manga wichtiger, die Zeichenkunst oder die Story? Boah, das muss ich jetzt wirklich nur aus meiner Sicht beantworten, weil ich glaube, jeder wird da anders antworten. Aber für mich sind wirklich ausschlaggebend nur die Zeichnungen. Also die Geschichte ist so, dass die Kirsche auf dem Ganzen, wenn die dann auch noch stimmt, dann ist halt alles perfekt. Und ich mache auch öfter mal einfach einen Manga-Kauf, einfach nur wegen dem Zeichenstil. Mir ist dann quasi ganz egal, was da an Story drin vorkommt. Aber das ist halt mehr so aus dem Grund, wahrscheinlich will ich mir da dann wieder irgendwas mitnehmen, was ich halt dann selbst wieder anwenden kann. Also da ist halt dann so, ja, vielleicht wieder ein bisschen eine andere Sicht drauf. Aber die Werke, die in meinem Manga-Regal hier stehen, die haben dann natürlich auch die passende Story dazu. Also wenn das Hand in Hand geht, das muss auch eigentlich immer so sein. Nur dann kann es halt wirklich tippitoppi sein so. Und dann ist halt ein rundes Ding und das ist halt das Wichtigste am Ende. Also das ist mir dann auch, also den Anspruch habe ich dann auch, da ich nicht nur gute Zeichnungen mache, sondern halt dann wirklich auch storymäßig was bieten kann und auch was längerfristiges ist. Also wo man dann auch nochmal den Manga zur Hand nimmt, auch wenn man den schon mal gelesen hat. Und den will man jetzt noch zwei, dreimal lesen, weil da gibt es halt noch so viel rauszuholen aus dem Ganzen. Und halt auch aus der Geschichte. Und das habe ich halt durch, ja, woher ich das habe, ist eher durch die ganzen Spiele wie Dark Souls und sowas, die ich halt gespielt habe, diese Art des Storytellings, die ist halt dann ganz eigenes. Also da kann man sagen, bei den Spielen ist so irgendwie die Welt, das Erkunden, das macht schon richtig Spaß. Das wäre ja im Manga quasi der Zeichenstil, so alles angucken. Und das, was halt dann noch draufkommt, ist halt, dass du dir die Story so ein bisschen zusammenreimen musst aus dem, was du siehst und aus den kleinen Fitzelchen, die du halt so an Informationen kriegst. Also das ist halt mehr Show, don't tell. Und dann musst du dir halt selbst noch Gedanken machen. Das wollen natürlich nicht jeder, also jeder kann nicht damit was anfangen, aber mir macht das mehr Spaß, weil du hast halt einfach länger was davon. Und ich, ja, liebe halt so Sachen, eine Geschichte, wenn die halt mehr bietet und man da im Nachhinein noch öfter mal sich was draus ziehen kann, ja. Stimme ich absolut zu. Das Gesamtpaket muss stimmen. Bevor wir jetzt gleich auf Yvonne Tore zu sprechen kommen, habe ich noch eine Frage, die geht auch ein bisschen auf deinen Stil ein. Und zwar, du machst öfter mal auf Instagram oder auf Social Media solche Zeichen-Challenges, wo du bestimmte Charaktere in deinem Stil zeichnest. Und das Letzte, was es, ich weiß nicht, ob es das Letzte ist, was es gab, aber das Letzte, an was ich mich erinnere, zum Zeitpunkt der Aufnahme war Power aus Chainsaw Man. Und ich finde, du triffst immer den Kern der Figur, also wie diese Figur ist, also du triffst den Charakter, hast aber trotzdem deinen Stil, du zeichnest sie trotzdem in deinem Stil. Wie machst du das? Und das ist wieder, ich glaube, so eine Kombination aus vielen Sachen. Früher habe ich halt Zeichnungen gemacht und bevor ich halt Manga-Zeichnen angefangen habe, also eine ganze Geschichte in Bildern erzähle, habe ich halt früher in einem Bild eine kleine Geschichte verpackt. Und das mache ich bis heute noch gerne. Und wenn das halt ein Charakter ist, dann muss halt der Charakter quasi so ein bisschen das ausstrahlen oder das machen, was er halt in seiner Welt und so auch quasi tatsächlich machen würde. Also dann ist halt, ja, momentan zum Beispiel zeichne ich jetzt gerade mehr so verschiedene weibliche Charaktere. Und weibliche Charaktere sind ja meistens irgendwie so dann, keine Ahnung, so aufgehübscht oder auf sexy gemacht, quasi fernab von der eigentlichen Story oder von dem, wo die halt drin vorkommen. Und ich will die halt dann hauptsächlich so darstellen, wie ich mir denke, dass das am besten zu dem Original passt. Und das finden tatsächlich auch dann die meisten wirklich außergewöhnlich und gut. Und von den Sachen gibt es halt tatsächlich auch wenig. Also das ist halt auch quasi so ein bisschen die traurige Seite, dass halt alles irgendwie so abgewandelt wird. Ja, dass da dem Mainstream gefällt. Und ich bin quasi so ein bisschen der, der immer dagegen schwimmt. Und ja, dann vielleicht außergewöhnlich. Und wenn du fragst, welche weiblichen Figuren du zeichnen sollst, werde ich nicht müde, Jolene Kujo aus Jojo zu erwähnen und hoffen, dass es irgendwann durchdringt. Ja, hier hätte ich zum Beispiel auch den Anspruch, dass ich das zum Beispiel vorher lese. Also weil dann kann ich mich halt, also ich kann mich in dieses ganze Jojo-Universum momentan noch gar nicht reindenken, weil ich es halt einfach noch nicht angegangen habe. Also ja, ich hole auch momentan sehr viel nach gerade, also was ich verpasst habe. Der Trick ist, mit Max den Podcast zu machen, dann kommst du nicht dran vorbei, Jojo zu lesen. Hast du keine andere Wahl. Wenn du eh so ein bisschen auf diese, wie soll ich sagen, die Altbacken in Anführungszeichen Sachen stehst, dann könnte dir das schon taugen, die frühen Sachen von Jojo. Also die sind ja auch in den 86, 87 entstanden und sehen dann auch entsprechend aus, haben so ein Fist of the North Star. Ja genau, das lese ich zum Beispiel jetzt gerade, momentan jetzt. Fist of the North Star, das habe ich mir gerade gegönnt. Und das ist ja quasi ähnliche Zeit so irgendwie, auch vom Stil und so. Also das gefällt mir schon richtig gut. Da ist zwar von der Story bin ich noch nicht so abgeholt, aber wie ihr wisst, Zeichenstil ist halt so mein Ding, mein Kriterium. Ja, ja. Und Jojo ist am Anfang auch inspiriert, stark inspiriert von Fist of the North Star. Also das liegt in eine ähnliche Kerbe, ist dann auch in einer ähnlichen Zeit erschienen oder kurz danach. Und der Manga-Ka hat dann auch über Zeit eben diese muskulösen Männer abgeändert, der also jetzt seinen Stil verändert und ist dann immer zu mehr androgyneren Männern übergegangen. Also das ist ganz interessant, also ich bin ja jetzt kein Manga-Ka oder kein Künstler, aber selbst mir fällt auf, wie sich die Veränderung dieses Stils von diesen Macho-Männern zu androgynen Männern, das ist wahnsinnig interessant zu beobachten. Weil man quasi miterleben kann, wie dieser Stil sich verändert. Ja, ich glaube, als Zeichnerinnen und Zeichner hast du auch dann, wenn du eine gewisse Zeitspanne schon hinter dir hast mit einem, ja, mit einem Werk, dann willst du auch mal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Das ist einfach nur menschlich so. Also wenn ein Werk einfach schon lange läuft, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das nie so quasi gleich bleibt, sondern immer irgendwie dann so ein bisschen abgewandelt sein wird. Ja. Das einfach interessant wird, also interessant bleibt für den Künstlerinnen und die Künstler und auch für die ganze Leserschaft, ja. Ja, gut, das ist in dem Fall, Araki hat es so gemacht, dass er das alles in diverse Parts unterteilt hat und jeder Part hat ein anderes Sub-Genre, eine andere Hauptfigur, andere Nebenfiguren. Dadurch hält das frisch für sich und für die Fans. Jetzt, aber bevor ich jetzt anfange, in einen Jojo-Sermon zu verfallen, das passiert mir furchtbar leicht, Martin, fangen wir doch bitte mit Juma Dora an. Machen wir, ja. Fangen wir doch mal mit dem, ich nenne es mal Deal an. Wie kam es denn zur Zusammenarbeit mit dem Egmont-Verlag? Also da war ich damals, 2019 war das, auf der Leipziger Buchmesse und ich hatte so zehn Seiten dabei. Also ich hatte schon die Story so ungefähr durchgeplant und wollte mich damit bewerben und ich hatte halt auch Obedroh ja Love Story quasi so als kleinen Beweis dabei, dass ich schon was abgeschlossen habe. Also der ist ja nur 30 Seiten lang. Und zum Vorzeigen, ja so ungefähr, das habe ich drauf, zeichnerisch. Und das wird halt auch so mindestens so gut werden. Also das war halt auch so, das Versprechen an Egmont, so wird es gemacht und so. Da könnt ihr euch drauf verlassen, dass das halt so aussehen wird. Und dann verging erst mal ein bisschen Zeit. Also die haben sich das halt gemerkt. Die haben sich auch super viel Zeit genommen, also mega lieb gewesen. Und dann ging so ein halbes Jahr rum und irgendwann halt habe ich eine Mail gekriegt. Ja, sie machen gerade so einen kleinen Testlauf mit ein paar deutschen Künstlerinnen. Und da wäre ich auch mit dabei und zwar wollen die eine Kurzgeschichte machen. Und meine kleine Kurzgeschichte, die ich quasi nur als Test so dabei hatte, als Probe, die würden die gerne aufnehmen und halt so ein bisschen, ja, die Zusammenarbeit mit dem Verlag testen halt so. Quasi die Probezeit. Also das ist für mich nicht schlecht, erst mal zu gucken, wie ist der Verlag so drauf und kommen die mit mir klar und so. Und das fand ich echt super, wie die das gemacht haben. Und danach ergibt sich halt was Größeres. Größeres. Also es ist, ich hatte ja damals schon die Erfahrung mit der Lackiererlehre und wie das da so Lackierer-Business abläuft. Und es ist einfach bei handwerklichen Berufe nicht anders. Und ich finde das halt nicht schlecht, dass man sich so Schritt für Schritt annähert und halt immer größere Sachen macht. Weil manche kommen halt vielleicht dahin und wollen dann schon zehn Bände und haben aber vielleicht, ja, am Ende nicht die Kraft, das durchzuziehen oder so. Das ist halt für beide Seiten immer schlecht. Ja, das stimmt für ihn. Genau. Und dann kam halt, also wie Jovan Tor, Ovent Royal Love Story quasi gut ankam, dann stand Jovan Torre quasi nichts mehr im Wege. Und dann haben wir damit losgelegt. Würdest du damit sagen, du lebst damit den deutschen Comiczeichner Traum? Also man kann es wirklich noch schaffen, an den Verlag ranzugehen und zu sagen, hallo, hier ist mein Ergebnis. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Und man hört dann tatsächlich was. Das ist noch möglich heutzutage. Weil es gibt ja mittlerweile durch Instagram und so sau viele Zeichner. Genau. Ja, auf jeden Fall ist das möglich. Ich glaube, jetzt ist die Zeit nie besser wie sonst wann. Also gerade jetzt werden halt sehr viele angenommen. Gerade jetzt wird halt auch von der Leserschaft, die wird größer und die akzeptieren quasi auch die deutschen Zeichnerinnen und Zeichner. Das war ja früher so ein bisschen immer so mit rollenden Augen irgendwie quasi so betrachtet. Aber aus der Zeit damals, da bin ich quasi so ein bisschen rausgefallen. Ich habe halt das einfach nur online hochgeladen, gratis. Das war mir alles egal. Hauptsache ein bisschen sich ausgetauscht. Die haben halt ein bisschen Kritik gegeben oder fanden es gut. Und ich habe halt immer gemacht, worauf ich Lust hatte. Und das ist quasi bis heute immer so geblieben. Aber ja, bewerben geht auf jeden Fall. Und die Verlage nehmen das natürlich mit Kusshand momentan auch an, weil es ist ja trotzdem auch momentan so, dass irgendwie die Verlage viel mehr mit deutschen Künstlerinnen machen können. Also die haben halt ganz andere Möglichkeiten vom Marketing, von dem Merchandise sogar. Also das alles, was von Japan kommt, dürfen die ja teilweise nicht machen oder nur zum Teil oder das muss alles immer abgesprochen werden. Wenn zum Beispiel mein Redaktor sagt, ja, wir brauchen für ein Plakat schnell ein Bild, keine Ahnung, mach mir das einfach, dann mache ich das in ein, zwei, drei Tagen und dann ist das da. Ganz problemlos. Und das ist halt super vorteilhaft. Und das ist halt, ja, der Verlag steht, glaube ich, momentan viel positiver da, wenn du auch ein paar hauseigene Künstlerinnen hast. Ist einfach so. Du hast jetzt eben gesagt, dass es früher ganz schwierig war, als Deutscher bei Verlagen zu landen, also als Deutscher Zeichner. Sei es mal dahingestellt, ob Manga oder Comic. Warum glaubst du eigentlich, dass die Deutschen in der Hinsicht von Manga und Comic und Graphic Novels und überhaupt, warum das die so Spätzünder sind? Weil dieser ganze Zeichenlernprozess wahnsinnig lange dauert. Also man darf das nicht unterschätzen. Ich bin jetzt, ja, ich glaube so 22, 23 Jahre insgesamt am Zeichnen. Und ich bin genau da jetzt quasi angekommen, wo ich vor diesen 20 Jahren sein wollte. Also das dauert halt einfach. Und das ist vielen nicht klar, die halt zum Beispiel jetzt richtig Bock haben zu zeichnen und wollen unbedingt Manga machen. Dann können sie sich halt darauf einstellen, ja, okay, das wird 2040 klappen. Aber das wollen halt viele nicht hören. Und dann greift man halt zu anderen Mitteln, wie halt gerade ganz populär ist dieses AI. Und ja, das ist halt nur auch auf kurz schön. Also der lange Weg ist halt einfach der beste, wo man hundertprozentig Erfolg haben wird. Also das kann man garantieren. Wenn man dran bleibt, wird man erfolgreich. Das ist einfach so. Das finde ich eine wahnsinnig positive Message. Also klar, es kann dich jeder zeichnen, wie du zeichnest. Das ist schon... Das wäre ja auch komisch, wenn man noch genauso zeichnen wird wie ich. Aber genauso gut in der Qualität. Also da lecken sich, glaube ich, andere die Finger danach und würden das eine oder andere Opferlamm am Altar opfern. Ja, ich glaube, das ist aber auch je nachdem, worauf man abzielt. Also es will nicht jeder irgendwie den zweiten Berserk oder so machen, sondern einfach dann halt, ja, sowas wie Dragon Ball oder so. Und dafür musst du halt ganz andere Sachen mitbringen, die ich jetzt gelernt hätte. Also ich würde jetzt auch so ein Werk für 14- bis 16-Jährige, ich glaube, ich würde das nicht richtig hinkriegen, weil bei mir würde das immer ausarten, sage ich jetzt mal so ganz. Ich finde, dass es genau das ist, was deinen Stil zumindest für mich interessant macht, dieses Ausarten. Johann Tore kommt bald. Ist das richtig? 1. September? Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher. 1. September im Animagic-Programm steht jetzt 11. September. Also irgendwas in dem Zeitraum wird sein, wo es jetzt im normalen Handel ist. Anfang bis Mitte September. Und als ich das Cover angeguckt habe, hatte ich Junji Ito-Vibes, weil man sieht eine Dame, ja, was ist das, in so einer Decke oder wie so einer Seite und die ist so ein bisschen gedreht. Schwer zu beschreiben, aber ich habe es jetzt auch nur im Kopf. Bin ich da mit Junji Ito irgendwie richtig? Ich habe Junji Ito gelesen, weil es halt viele mir auch empfohlen haben. Also genauso wie Berserk und sowas. Das sind tatsächlich alles Werke, die ich jetzt im Nachhinein nachgelesen habe, weil halt viele gesagt haben, ja, dein Zeichenstil ist halt dem ähnlich und das könnte dir halt auch gefallen. Und ja, ist ja klar, dass mir das gefällt, ist ja klar. Aber ja, der Wind weht halt von meinem Zeichenstil woanders her. Ja, aber trotzdem, natürlich, Junji Ito arbeitet sehr viel mit Symbolik und das ist halt auch quasi in meinem Cover. Also ich übertrage das quasi auch alles in Symbolen. Das Cover, könnte man glauben jetzt, ja, das wird alles so vorkommen im Manga. Das ist nicht so. Aber wenn du das Cover halt siehst, das ist die beste Inhaltsangabe oder der beste Klappentext. Hinten, ja, ist das zwar schriftlich drauf, aber du kannst dich von der Stimmung und sowas auf das Cover, Frontcover, auf die Illustration verlassen, dass du halt nicht enttäuscht wirst. Weder von der Art, wie es gezeichnet ist, also du kannst quasi einen Coverkauf machen, weil du weißt dann, das, was vorne drauf ist, ist auch drinnen von der Qualität. Und halt das andere ist, wie du schon angedeutet hast, ja, so dieses Gefühl, diese Stimmung, die aufkommt. Da ist so eine Art, dieses Tuch ist so rumgewickelt, als wäre das wie so ein Sog, so ein Abgrund. Genau. In die Dunkelheit hinein, so ein Strudel. Und das ist das wahrscheinlich, was dich so irgendwie an Usumaki oder so erinnert. Und, ja, dieselbe Stimmung quasi wollte ich halt da auch erzeugen. Also, ich meine, du hast mir Jovan Tore vorher schon verkauft, aber jetzt hast du es mir noch mehr verkauft. Ich finde ja, das war eine Ansage. Wenn man das Cover sieht, dann ist man überzeugt. Ich würde trotzdem kurz auf den Inhalt eingehen, weil jetzt vielleicht die Podcast-Hörer nicht unbedingt das Cover vor sich haben. Und was würdest du sagen, worum geht es in deinem Manga? Also, mein Redakteur hat sich schon richtig schwer getan beim Zusammenfassen von dem Klappentext. Ich tue mich auch schwer. Ich habe mich damals bei der Bewerbung schwer getan, das irgendwie gut zu erklären, weil das Werk, das lebt halt auch von den Bildern. Aber ich versuche es jetzt mal einfach so ein bisschen runterzubrechen. Und zwar geht es halt um die weibliche Hauptfigur, die Rita. Das ist halt, ja, sagen wir mal, ein relativ normales Mädel. Das lebt in einer Zukunftswelt. Und das Problem ist, die hat halt so eine unheilbare Krankheit. Und das ist so merkwürdig, weil halt in dieser Zukunftswelt kannst du theoretisch alles heilen. Also, da gibt es nichts, was jetzt irgendwie unheilbar wäre. Und die hat nämlich so einen Ticken im Kopf, das die wahnsinnig macht. Also, das kann man sich so vorstellen wie diese Wassertropfen-Folter-Technik. Ja, so ein stetiges Ticken und mal ist es lauter, mal ist es leiser. Aber auf jeden Fall ist es immer da und das macht ihr einfach den Kopf kaputt. Und sie ist halt so quasi am Rande der Verzweiflung. Also, es macht ihr wirklich wahnsinnig. Sie versucht sich dann auch irgendwie in den Tod zu stürzen und so. Und selbst das will nicht klappen. Und da, wenn, selbst da, wo die Hoffnung schon fast vorbei ist, da trifft die halt in den Unterschichten von der Stadt eine, so eine Art alte Hexe. Also, ich sage jetzt mal Hexe, weil die vom Aussehen so aussieht und ja so eine dubiose Gestalt ist. Aber die scheint anscheinend zu wissen irgendwie, ja, so ein Heilmittel oder so ein Hilfsmittel, irgendwas, was dir helfen kann, zu haben. Und dann geht die mit der mit. Und ab da beginnt quasi die Reise in die Dunkelheit. Und ja, vielleicht geht es gut aus, vielleicht nicht. Und wer weiß. Ich will das rausfinden. Ist das eigentlich ein One-Shot oder ist das eine Reihe? Also, es ist beides. Es ist, die Geschichte ist länger theoretisch, aber der erste Teil, der ist quasi wie ein One-Shot. Also, wenn man die letzte Seite zuschlägt, dann kann man damit aufhören und man ist zufrieden quasi, so wie das ist. Aber das ist halt nur die Spitze quasi des Eisbergs, weil man kann sich schon denken, da lauert noch mehr drunter. Und die Geschichte, die gibt halt, und die Welt halt insgesamt, die gibt noch mehr her. Und theoretisch gäbe es noch mehr, aber das kommt jetzt wirklich, wie ich schon vorhin gesagt habe, wir tassen uns da so schrittweise ran. Das kommt jetzt auf den Erfolg drauf an, wie jetzt dieser Manga angenommen wird. Hoffen wir, dass alles gut geht und die Geschichte weitergeht. Ja, also, Martin und ich kaufen. Ich bin da voller Zuversicht, also nach dem, was ich auf Instagram gesehen habe und von dem, was ich jetzt gehört habe. Also, wenn das nicht einschlägt, dann bin ich enttäuscht vom deutschsprachigen Manga-Bereich. Von allem. Dann seid ihr keine Fans, dann seid ihr nur Heuchler. Ich lasse das mal so stehen. Nee, aber ja, würde mich mega freuen natürlich, wenn das gut ankommt. Aber ich bin selber so ein bisschen der Typ, der eigentlich immer den Ball flach hält und halt, ja, schon insgeheim ein bisschen hofft, aber nicht zu viel. Um sich positiv überraschen zu lassen. Genau. Also, ich meine, für mich führt da kein Weg dran vorbei. Für mich steht das im Kalender, ich werde das kaufen. Und ich bin mir auch relativ sicher, Martin, dass wir da eine Rezension zumachen werden. Ich hätte auch kurz überlegt, ob ich die Frage stelle, wenn ich im September zu meiner Linken den Alita Band 1 habe und zu meiner Rechten Jovan Tore und dass ich dich jetzt frage, Daniel, was ich zuerst lesen soll, aber eigentlich stellt sich mir die Frage nicht. Hast du sehr gut verkauft. Ja, genau. Was auffällt, sind, dass beide Titel, das ist Anagramme sind, Oven Troja und Jovan Tore. War das Zufall? Wir glauben es nicht. Tja, wenn das Zufall ist, nee. Also, man kann schon sagen, Jovan Tore besteht aus sehr vielen Geheimnissen, die man so lüften kann oder vielleicht übersieht. Und der eine oder andere vielleicht entdeckt sowas. Und wie ich schon gesagt habe, du kannst das Werk öfter lesen und wirst dann erst auf manche Sachen draufkommen. Und das ist, wie gesagt, nur ein winziger Teil davon, von dieser Welt, von so einem Rätsel, das sich halt ganz am Ende erst aufklärt. Aber man kann sich sicher sein, dass ich mir bei jeder Sache, was da drin ist, mir Gedanken gemacht habe und das auch, was dahinter steckt. Auch wenn man es vielleicht momentan jetzt noch nicht so versteht, aber es hat auf jeden Fall einen Sinn. Zu 100 Prozent. Also ja. Ich fand es vorher schon cool. Jetzt finde ich es richtig geil. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Jetzt wünsche ich, es wäre schon September. Ich finde es sowieso wahnsinnig schwierig. Du hast mir das, oder hast uns das jetzt so ein bisschen als so eine Mystery-Geschichte verkauft. Und ich finde, es ist wahnsinnig schwierig, Geheimnisse in Geschichten clever und gleichzeitig stilvoll rüberzubringen oder zu erzählen. Deswegen bin ich komplett an Bord. Ja, das ist, glaube ich, beim geschriebenen Text, also bei einem Buch noch schwieriger, so Mystery-Sachen. Weil du kannst halt nicht wirklich was zeigen. Also du kannst halt, wie ich schon öfter gesagt habe, so einen Hintergrund oder sowas, da kannst du schnell mal was verstecken, was auch sehr wichtig ist. Aber keiner von den Charakteren sagt was dazu oder so. Aber man muss halt entdecken und sehen. Und das ist halt, ja, dann auch quasi so wieder die Motivation, da irgendwie reinzublättern in so ein Comic und Buch. Und ich finde halt, das gibt das Medium her und das nutze ich dann halt auch aus. Das neide ich euch, Mangaka. Also als Autor. Weil du kannst auch mal mit einem Bild oder einem Panel oder einer Seite bestimmte Emotionen und bestimmte Botschaften vermitteln, was du in einem Buch nicht kannst. Ein Buch hat wieder andere Stärken als ein visuelles Medium. Aber gerade dieses mit einem Fingerschnipp vielleicht eine bestimmte Emotion durch einen Gesichtsausdruck vermitteln, das kannst du in einem Buch nicht. Und das neide ich euch. Na dann, Termin steht fest. Manga, wir wissen, wie er heißt. Jovan Tore, bald in den Läden. Gibt es noch etwas, was du den Fans mitteilen möchtest, worauf sie sich da freuen können? Ja, wir sind jetzt auf der kommenden Animagic. Vielleicht ist da wer von euch. Da bin ich dann auch am Egmont-Stand. Gibt da Signierstunden. Wir haben da auch schon einiges ein bisschen vorbereitet. Ihr kriegt da auch noch ein paar kleine Extras und so. Also schaut da gerne vorbei. Und da könnt ihr das quasi dann schon am 4. bis am 6. August quasi schon in Händen halten. Und ich habe heute quasi von meinem Redakteur, also zur Zeitpunkt der Aufnahme hier, habe ich so ein Mini-Videoschnipsel von dem ersten gebundenen, fertigen Jovan Tore-Band bekommen. Und ich bin heute schon komplett zerstreut und durcheinander, weil es einfach nur geil ist. Es ist wirklich so krass. Hier sind quasi drei Jahre von meiner Arbeit zusammengepresst, ein drei Zentimeter Stapel Papier. Und das ist halt einfach, ja, nur heftig, wenn man weiß, wie viel Leidenschaft und Kunst da drin steckt. Ich habe die Story gesehen auf Instagram. Ich habe, also, ja, habe ich mir schon gedacht, dass das wie, wenn man Vater wird. Ja, exakt. Das ist wirklich so. Und das weiß ich, weil ich selber halt auch Papa bin. Dann hast du das, wenn es den Vergleich zu mir dann kriegt den echten Vergleich. Sehr gut, dass wir mit solchen Emotionen sozusagen vom Manga weggehen, denn das war sozusagen, das waren alle Fragen zum Manga, zu dir. Und jetzt kommen wir zu unseren weltberühmten Rausschmeißer-Fragen. Und ich glaube, du hörst hin und wieder Lull und weißt ja ungefähr, was dich erwartet, oder? Ja, und zwar irgendwie weiß ich gar nicht, was jetzt kommt. Das ist das, wo ich ein bisschen nervös bin. aber weil du kannst dich auf nichts einstellen. Genau. Wie schon gesagt, du hörst ja hin und wieder unseren Podcast. Das hast du uns mal verraten und das freut uns natürlich sehr. Deswegen stellen wir an dich die Frage, worüber sollten wir denn mal eine Folge machen? Natürlich ist alles willkommen, was quasi Manga, Comics und Bücher betrifft. Und mir sind quasi auch immer die Folgen am liebsten, wo halt hier noch wer mitredet, quasi von außerhalb, weil das halt irgendwie nochmal so ein extra Schnack ist, also weil halt so ein Bereich abgedeckt wird, von dem man halt vielleicht noch nicht so viel kannte oder Erfahrung hat. Und die finde ich halt wahnsinnig interessant und die höre ich am meisten, auch von anderen Podcasts quasi. Und ja, das ist quasi so, was mich am meisten interessiert. Hast du einen Namen, wo wir anklopfen können, können sagen, der Daniel Eichinger hat uns geschickt, wir würden gerne ein Interview mit dir machen? Irgendeine Kollegin oder einen Kollegen? Also der erste, der mir einfällt, ist wirklich der David Felecki. Der ist halt, ich glaube, der ist ideal für so ein Format, weil der hat wahnsinnig viel zu erzählen, ist halt schon ein alter Hase im Manga-Business, auch quasi deutscher Manga-Kaar. Ich hoffe, ihr kommt an den ran, der ist immer mega unter Druck und gestresst und weil der so viel zu tun hat. Aber der ist halt wirklich schon ewig dabei und der hat so viele Geschichten zu erzählen. Also der könnte wirklich drei Tage durch aufnehmen und der wird nicht aufhören zu reden und euch Sachen zu erzählen. Also das ist sehr, sehr krasse Person. Von dem her, finde ich, zu wenig hört. Also David Felecki, merkt euch den. Der hat auch schon einiges gemacht. Der kriegt von uns, wenn die Folge draußen ist, kriegt er den Link. Der wird ja bestimmt irgendeine Webseite, E-Mail-Adresse haben. Genau, E-Mail-Adresse am besten, ja. Dann schicke ich dem den Timestamp und sage, hallo, du wurdest uns empfohlen, hast du nicht mal Bock? Ich mache das, ja. Da hätte ich auch Lust drauf. Sehr cool. Ich habe es mir vermerkt. Wenn man Zeichner ist und ziemlich gut zeichnen kann, wie oft kommen dann Leute, Freunde oder Familie auf dich zu und sagen, kannst du mir mal was zeichnen? Zum Beispiel ein Logo oder sowas? Ja, mittlerweile nicht mehr. Natürlich, wie ich schon vorhin ein bisschen erwähnt habe, also auch wichtig für alle, die anfangen oder halt, ja, dabei sind beim Zeichnen, macht das, was euch Spaß macht. und das ist halt wirklich ganz wichtig, auch wenn es halt jetzt dann, ja, so freundschaftliche Sachen sind. Dann, wenn es, wenn er sowas zeichnet, dann verlangt zumindest Geld, auch wenn es jetzt die Mama ist, weil dann habt ihr auch wenigstens noch was davon, auch wenn er euch da durchplagt. und das ist halt, ja, das ist die Wahrheit. Ja, glaube ich sofort. Und das Problem ist halt auch, wenn du sowas annimmst, das kostet dir halt Zeit für die Sachen, die du halt tatsächlich machen willst und musst und deswegen zum Beispiel mache ich momentan auch keine Aufträge, weil halt mir einfach die Zeit fehlt und wenn es jetzt nur ums Geld geht, also viele gucken halt einfach nur aufs Geld, ja, dann könnte ich jetzt auch einfach weiter lackieren gehen und alles wäre gut und ich habe keinen Stress mit nichts und das käme aufs selbe raus, kann man sagen. Also mache ich einfach lieber Manga und kriege halt kein Geld oder nicht viel. Aber es fühlt sich einfach, es fühlt sich richtig an. Du dürftest einer Manga-Figur eine Frage stellen. Wen wirst du was fragen? Das ist so eine Frage, die kann ich glaube ich nicht beantworten, weil ich nicht den Kopf für so Sachen habe. Mein Kopf ist glaube ich nicht gemacht für solche Sachen. Also am liebsten würde ich ja wirklich mit Kinderer-UE um die Häuser ziehen und in der Schule des Lebens lernen, aber was würde ich den denn fragen? Ich glaube, der könnte mir sogar sagen, was der Sinn des Lebens ist. Ich glaube, ja. Das klingt so doof, aber ich stimme zu, ja. Und ja, ihr habt ja vorhin schon gesagt, wir sind alle so quasi so ein bisschen im selben Alter und tatsächlich kommt einem die Frage so ab und zu auf und die ist aber auch wichtig und ja, das macht halt alles trotzdem dann irgendwie besser, wenn man sich dann auch mal darum Gedanken macht und ich weiß nicht, ich bin in den letzten fünf Jahren irgendwie doppelt so viel gereift innerlich und im Kopf als wie die letzten 20 Jahre und ja, ist nicht schlimm, das Alter, will ich nur sagen. Das akzeptiere ich. Ja, so kann ich bequitieren. Welches Utensil darf auf deinem Schreibtisch nicht fehlen, außer Papier und Stift? Ich glaube, das ist meine kleine Lautsprecherbox, wo ich dann einfach immer so ein bisschen Musik drüber höre oder halt eben wie gesagt auch Podcasts oder irgendwelche anderen Sachen. Radio höre ich eher ungern, aber halt ja, gezielt Sachen hören und wenn es zum Zeichnen einfach passt zu Stimmungsuntermalen der Sachen, das hilft mir wirklich extrem. Also beim einfach hineinversetzen in die Situation und dann funktioniert das mit dem Zeichnen auf jeden Fall auch viel besser. Also mit Musik geht besser, außer halt beim Storyboarden, da wird es, da klappt es gar nicht. Da muss still sein. Eine haben wir noch für dich und zwar, du dürftest dir ein Gemälde fürs Wohnzimmer aussuchen, egal was, egal welches Gemälde, es wird deins sein. Was würdest du dir ins Wohnzimmer hängen? Ich glaube, ich würde das komplette Werk Berserk zerschnipseln und alles tapezieren. Oder so eine riesen Leinwand draus machen. Damit würde ich mich, glaube ich, zufrieden geben. Ich dachte jetzt, du sagst jetzt vielleicht sowas, keine Ahnung, sowas Klassisches wie Mona Lisa oder vielleicht den Monet, keine Ahnung. Nein, Berserk und damit sind wir jetzt full circle zum Anfangszitat. Das ist hervorragend. Stimmt, voll gut. So schließt sich der Kreis und deswegen sagen wir vielen Dank, dass du da warst. Das war ein super Gespräch über Mangas in einer Lässigkeit. Das war der Wahnsinn. Also ich finde, du hast auch eine wunderschöne Podcaststimme. Warst du schon mal irgendwo zu Gast? Ja, ab und zu halt in anderen Podcasts, aber ich kann mir die selber dann nie anhören, die Folgen, wo ich drin vorkomme, weil ich hasse meine Stimme. Aber ich glaube, da geht es ja öfter Leuten mal so. Und ja, aber gut, dass das heute funktioniert hat und vielen, vielen Dank auch an euch. Also wirklich, es war mir eine Ehre. Ich höre ja euch auch gern. Also ich hätte es ja quasi auch ein Lesen und Lesen gelassen Fan und ja, danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Daniel Eichinger ist der Name, der Manga, der rauskommt, heißt Jovan Tore. Du musst uns noch sagen, wo man dich überall findet und alle Infos zu dir. Also mich findet ihr mit allen Zeichnungen und so auf Instagram. Da heiße ich unterstrich Daniel unterstrich Eichinger unterstrich und auch da ist in meinem Instagram-Account ist quasi auch alles andere verlinkt. Also da könnt ihr meine Kurzgeschichten gratis lesen. Da könnt ihr auch auf meinem YouTube-Kanal, also wo ich quasi alle oder sehr viele von meinen Zeichnungen aufnehme und mitfilme. Mein YouTube-Kanal, der heißt dann Redhawk und bald gibt es auch einen Patreon-Account, der ist dann auch noch auf meinem Instagram-Account verlinkt. Und ja, da kann, wer mag, wer Jovan Tore dann gefallen hat, der kann mich da unterstützen, weil man muss das auch quasi schon irgendwie sagen, ich lebe jetzt irgendwie von nix gerade oder meine Frau unterstützt mich da wirklich tatkräftig, dass das alles zustande kommt und gut ging, aber halt für längere Sachen oder für die Zukunft muss ich mir auch ein bisschen Gedanken machen und es würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr mich da auf der weiteren Reise unterstützt und dass ich euch länger erhalten bleibe und ich euch noch viele weitere Werke zeichnen kann ja und das geht halt nur so da sage ich schon mal vielen Dank Unterstützung ist wichtig deswegen freuen auch wir uns über Abos Likes auf Instagram Facebook YouTube Spotify überall wo man sowas eben da lassen kann da geht unser Herz auf und auch wir brauchen das wir leben von der Bestätigung und auch ihr erfahrt Bestätigung in der nächsten Folge Max wann kommt die die kommt am 30 August es ging ja schnell normalerweise klar zu den digitalen Zetteln genau dann hören wir uns da wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Tschau Tschau ich bin ja eigentlich dafür bekannt dass ich keine Bücher lese aber ich habe tatsächlich sowas ähnliches wie ein Buch schon mal geschrieben und das ist gar nicht so klein also es ist mehr so eine Art Tagebuch oder sowas und zwar habe ich mich damals auf Animix angemeldet meine Bilder hochgeladen und auch meine jetzige Frau die war da auch angemeldet und wir haben uns halt da kennengelernt und zwar hat die unter irgendeins von meinen Bildern irgendwie gruselig cool oder sowas dazu geschrieben und ich habe der halt geantwortet und dann kann man halt so persönliche Nachrichten immer hin und her schreiben und das haben wir ziemlich lang gemacht also anderthalb Jahre so quasi hin und her geschrieben und ich habe mir gedacht das ist so insgesamt so eine schöne krasse Kennenlern Geschichte weil es wird ja im Endeffekt mehr draus ich bin das einfach mal in Bücher also es sind wirklich zwei Bücher draus geworden das hat 387 Seiten in A4 in ich glaube nur Schriftgröße 8 oder sowas also mega winzig und da ist halt quasi alles dokumentiert und 330.000 Wörter also ich habe mir das mal rausgeschrieben es ist wirklich insane was ich da geschrieben habe und das war mein einziges ich glaube letztes Buch das ich jemals geschrieben habe in nur Wörter Die Liebe ist echt wenn der Mangaka dir ein Buch schreibt oder zwei Ja exakt Die Liebe ist echt